Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GIM Tutorial von mir. Heute will ich euch zeigen, wie man diese roten Augen, die zum Beispiel entstehen, wenn man fotografiert und direkt in das Blitzlicht guckt, wegbekommt. Das Ganze wird dann danach so aussehen und als erstes öffnen wir unser Bild, was wir bearbeiten möchten. Oder wo wir diese roten Pupillen wegkriegen möchten und wählen diese rote Pupille aus. Ich mache das jetzt mit dem elliptischen Auswahlwerkzeug. Ihr könnt das natürlich mit dem Naso-Werkzeug oder mit dem Zauberstab machen. Entschuldigung. Dazu gehen wir auf das Auswahlwerkzeug und wählen uns das Auge aus oder die Pupille. Als nächstes gehen wir auf Auswahl ausblenden und geben den Wert 5 ein. Ihr könnt den natürlich auch variieren, so wie ihr das haben möchtet. Damit jetzt dieser rote Effekt da weggeht, müsst ihr auf den Pinsel gehen und den Modus auf Farbe stellen. Und dort einmal ohne die Nu-Aus-Taste loszulassen mit rüberfahren. Als nächstes stellen wir den Modus noch auf Überlagern und machen das gleiche nochmal. Und ihr seht schon, die Pupille wird schwarz. Dann deselektieren wir noch die Auswahl und sind fertig. Das machen wir mit STRG, SHIFT und A. Das war's zu dem Tutorial. Ich hoffe es hat euch geholfen und gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Schokomuffin.